Ich habe in einer Folge gesagt, dass ich besser bin als jeder in Technik und das habe ich in der Folge gesagt, wo ich offensichtlich fett gesuckt habe. Sogar besser als alle anderen, sogar besser als Snowdoppen. Da hat jemand drunter kommentiert, Klüm ich liebe dich zwar, aber du bist nicht besser als Snowdoppen. Da habe ich drunter kommentiert, Ironie funktioniert im Internet leider nicht. Mit einem traurigen Face. Ich habe, wo wir es gerade von Ironie haben, ich habe heute Broken Thumbs Manuel zum Geburtstag gratuliert. War das richtig? Fuck, hat er heute Geburtstag? Hä? Hat ungespielt nicht auch heute gewonnen? Ach, ich hasse dich! Hey Leute, willkommen zurück zu Skytag. Erinnert ihr euch, im letzten Part habe ich sowas gesagt von wegen, ich zähle dann auf eins runter und lasse dann alle warten. Rat mal, was ich gerade eben wieder gemacht habe, bist der Erste was gemacht hat. I don't give a fuck. Das war meine Katze, die hat gepupst. Der Klim hat einen fahren lassen. Willkommen zurück zur Skytag. Oder wie wäre es absolut in den Baumtag? Baumtag, ganz genau. Und der Klimiboy muss man mal sagen, wo das Portal ist zu den feindlichen Rassen. Oder wie die heißen. Was willst du denn bei denen? Ich will gucken, ob der Altar gebaut hat, weil ich nicht googeln will. Wenn ich auch ingame googeln kann, sag ich mal, dann muss ich ja nicht extern googeln. Nee, oh nee. Mach du nicht näher, oh Alter. Hol dir mal einen scheiß Flugtrank und Flugschule, dann darfst du ja. Hä? Nein. Gib mir einen Flugtrank, bitte. Ich hab keinen. Crafte dir einen. Gib mir doch einen. Ich hab nur meinen. Wie crafte ich denn einen? Ich hab extra unten ein fettes Rezept und alles. Okay, warte mal. Du gehst jetzt mit mir runter und zeigst mir, wie man das craften und dann zeig ich dir welches Portal nach unten führt. Okay. Ist ja nicht so, dass es meine Zuschauer schon 10.000 Mal gesehen hätten. Ja, was hast du denn da für eine Monster-Farm, Monster-Farm, Alter? Monster-Farm, Monster-Farm? Oh, die hätte ich gerne... Hier, guck mal, hier drüben. Ich denke, ob es ein Sacriff ist. Ihr werdet alle sterben. Guck mal hier, guck mal hier. Okay. Ja gut, wenn du Monster tötest, dann kann ich da auch meinen Schwanz rein, meinen Orb reinlegen. Fertig, so. Und jetzt? Lege ich meinen Orb da rein. Oh geil, wer hat das denn gebaut? Das ist doch das, was wir extra gebaut haben, damit die Leute ihre eigenen Tränke herstellen können. Ich war hier noch nie. Okay. Hier, das ist das, wo du hin willst. Aber da steht Portion Flask eine Minute. Ja eben, und wenn du dann das noch dazu legst, dann kommt hier das Fertige raus. Kann ich mich einfach das da drinnen legen? Nein. Okay, dann fange ich an. Dann brauche ich zwei Simple Catalyst und ein Clay. Siehste, und so geht man jetzt hin. Und jetzt erzählst du mir, wo das Portal ist. Nein, ich mach zuerst einen Flugrank. Alter, bis dahin bin ich mit meinem Flugzeugster ruhig. Ich google das jetzt, ich bin scheiße angewiesen. Sehr gut. Blood Magic. Ich beeil mich, es geht. Alter 5. Bilder. So, hier steht, wie es geht. Okay, ich zeig dir. Geh einfach hoch. Das blaue Portal, was weg in unserer Bases. Hä? Ich habe es genauso gebaut, wie es hier ist. Hä? Und wie gebaut? Ach, das wird zu denen. Interessant. Drei Redstone und einen Simple Catalyst. Warum geht das so nicht? Hast du gehört, wo das ist? Ach so, ich glaube, die Beacons müssen aktiviert sein, oder? Also, Eisen haben wir nicht mehr dafür. So ein Altar zu bauen. Ah, und es muss eins höher sein. Ich hält. Ja, gut. Hab ich gesagt, dass ich keine Ahnung hab? Alter! Was ist denn das für ein Spezialeffekt? Wollte ich gerade sagen. Es ist ein Special Effekt. Verläutert aber nicht. Warte mal. Ich brauche nur ein Crystallirus, ne? Um weiterzumachen. Weiß ich nicht. Du brauchst so alles Mögliche so. Und dann brauchst du da auf einmal wieder mehr und so. Deswegen ist es einfach eine langwierige und aufwendige und beschissene Sache. Äh, ich wollte die Beacons anzuschauen, genau. Ich bin so verplant, ne? Und ich werde heute noch viele, viele Videos. Also, letztlich alle Videos, die ihr die letzten vier Tage gesehen habt bei mir, sind jetzt im Moment aufgenommen. Das geht einfach gar nicht, klar. Machst du Videos auf YouTube? Ich mache auch Videos auf YouTube, ja. Okay, und wie funktioniert das? Lädt man da einfach was hoch, oder? Ja, genau. Okay. Was wollen wir denn? Wollen wir Speed, Haze, Resistance. Ach, Speed? Speed. Wir wollen Geld. So, dann muss man... Wie funktioniert denn das, dass der dann anfängt zu leuchten? Du brauchst da drunter eine Pyramide aus Gold oder aus Diamantglöcken oder aus... Okay, vielleicht reicht es auch nur, wenn sie da sind. Eigentlich müssen sie ja nicht leuchten. Ey, du! Was denn? Wie kriege ich denn so eine Portion Flaske? Äh, du haust eine normale Glasflasche in den Altar rein. Okay. Aber nicht da, wo jetzt momentan mein... Ne? Wen ist? Ne, also nicht da, wo momentan das... Hä? Das ist echt höchst eigenartig hier. Ich glaube, ich brauche das immer noch falsch. Ich brauche erstmal das hier. Und dafür brauche ich zweimal das hier. Und dafür brauche ich erstmal viermal das hier. Oh, hallo. Das hier brauche ich viermal. Dafür... Davon haben wir noch zwei. Wie heißt der? Noppen, ne? Du kannst mir bei der Wire auch noch gleich einen mitmachen. Ich könnte zwar meinen auffüllen, aber es ist immer schön noch einen zu haben. Kannst mir auch mal gerne meine Eier lutschen. Nein. Ne, nein. Welche ekelhaft. So, was funktioniert es jetzt? Ja! Level 5! Uh! Jetzt kann ich... Jetzt muss ich nur noch ein böses Wesen töten. Und dann kann ich machen, dass jeder von uns 10.000... Nee, 10 Millionen... Nee, 12 Millionen Blut haben kann oder so. Warte. Jetzt komme ich raus. Weil wir haben jetzt... Also diejenigen, die jetzt einen gelben Blutorb haben, haben jetzt auch nicht mehr eine Millionen Blut. Die haben jetzt mehr. Und wie viel Blut habe ich? Das weiß ich nicht. Das ist ja ein Opfer. Bin ich Opfer? Ah, jetzt bin ich gleich... Weil jetzt habe ich... Ich habe ja jetzt etliche Upgrades da wieder reingebaut. Das geht jetzt schneller. Aber dafür brauche ich ja auch die Dinger, alter. Wie mache ich denn das kristallos? Stehe da drüben. Ich habe für alles, was man wirklich braucht, habe ich diese Rezepte gebaut. Deswegen hat das auch so lange gedauert. Dann brauche ich Eis, Snow und... Haben wir Eis und Snow? Ich gehe jetzt nicht weiter. Der zieht so heftig, ne? Nur drei Eis. Läuft bei uns. Ja gut. Snow denn? Snow haben wir mehr. Du kannst auch einfach Snow komprimieren. Wie geht das? Mit einem Kompressor. Okay. Ich habe schon... Eine Million 2.000... Ne, eine Million... Was? So komisch. Eine Million 20.000 habe ich schon. Das müsste jetzt aber noch ein bisschen weiter gehen. Jetzt habe ich schon... Eine Million 50.000. Hm? Und wie viel Zeug man dafür einfach braucht, ey. Ich glaube ich stelle mich hier AFK mal hin und klicke einfach die ganze Zeit. Oh man, ich bin so... Ich bin so... Ich bin so... Ich bin so fertig im Brain. Ich wollte gerade auch ernsthaft nachgucken, äh... Was die Leute so im Chat geschrieben haben. Das sind die Nachwirkungen eines 24-Stunden-Streams. Weil das hier gerade so langweilig ist. Wollte ich gerade gucken, was die Leute so schreiben. Eine Million. Jetzt haben wir gleich eine Million 100.000. Dann höre ich auf. Würde das nur so schnell, dass wir da mal nach hinten gehen, wa? Bei manchen ist das so. Ja gut, wenn du so... Ja gut, das hast du, aber... Das muss ich mal wieder abgewöhnen mit dem Ja gut. Aber das will ich gar nicht. Ich will gar nicht viele Abonnenten haben. Ich will einfach wenige Abonnenten haben, die aktiv sind. Wenn ich jetzt bald meinen silbernen Play-Button habe, den man für 100.000 Abonnenten bekommt, dann mache ich erst mal 100.000 inaktive Abo-Specials. Geil. Das ist dann eine tolle Idee. Finde ich auch. Wie kriegt man denn Snow? Äh... Gute Frage. Snow Ballad zusammen mit Klatschen. Water Essence, Air Essence. Achso, wir haben sogar noch so Kram da, würde ich mal sagen. Ja, müssen wir eigentlich. Ach fuck, man muss ja mit Shift da reinklicken, ha? Achso, war das nicht das, was zu expensive war? Ja, genau. Ich Idiot. Haben wir noch Bücher da? Bitte sagt, dass wir Bücher haben. Oh. Book. Ja, haben wir. Wo kriege ich denn die Air Essenzen her? Ja, die Water Essenzen. Haben wir davon nichts im Lager? Water Essenzen sind keine hier drin. Ja, unten bei siebstem Lager. Nee. Hier unten bei siebstem Lager. Guck mal bei Spark. Bei der Plantage in die Kisten. Ich meine eigentlich bei Spark, du kennst mich ja. Hä? Nee, wer bist du? Ich verstehe das alles nicht. Die Leute sagen immer, ey, du kennst mich doch. Und dann denke ich mir, hä? Was ist das denn jetzt schon wieder für ein Trollo? Wo hat der denn? Der hat doch gar keine Kisten mehr, der Arsch. Wie, hat er nicht mehr? Klar. Ah, doch. Sind doch Kisten. Nevermins. Pfeffermins. Pfeffermins. Pfeffermins, geil. Ja, ich hab jetzt auch Bock irgendwie auf Pfefferminz-Kaugummi. Hm. Ich trinke nie Kaugummis. Was? Trinke nie Kaugummis? Ich trinke nie Kaugummis. Nee. Ich habe ein Power of Fear Buch. Also ich würde auch nie Kaugummis trinken. Ich weiß doch nicht, wie das geht. Warum kann ich, wenn ich die Snowballe krache? Geht ganz gut eigentlich. Das Rezept ist in der Mixer, aber irgendwie geht das nicht. Ja gut, vielleicht hast du es einfach nicht so drauf. Hey lol, das geht echt nicht. Woll mich verarschen. Das hat sich irgendwie nach German Let's Playen gehört. Bist du German Let's Play? Äh, ja. Achso. Das Lustige ist, ich bin auf einem Video von dem lieben Simon gespielt drauf. Bist du Simon gespielt? Hm, der spielt das. Boah, du hast du ja schon mal in echt gesehen, ne? Der lebt echt. Der lebt wirklich laut und nicht damit. Ne, ohne Spaß. Ist der echt auch so ein Alkoholiker? Ne. Ich habe auch gehört, der raucht voll viel Gras, so wegen seinen Dreadlocks. Ne, der Simon, der ist einer, der... Der ist so nicht so drogenmäßig. Der trinkt eine halbe Flasche Bier und ist hacke. Ja gut, wenn du die trinkst, dann ist das so. Seit wann kann man 48er Sex von Snow machen? Ähm, das habe ich so programmiert. Ne, seriously? Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich weiß nur, dass die ganzen Videos, die jetzt noch so von mir kommen werden, voll schwachsinnig werden sein müssen. So wie alle Videos von dir? Nein, normalerweise gebe ich mir sogar müde und so. Ja, vielleicht ist es auch scheiß Problem. Normalerweise gebe ich mir sogar müde. Ja. Ja. Das tust du. Habe ich gesagt. Na gut, das hast du. So. Ja, zerficke dich, Wolfgang, pass auf. So, jetzt haben wir das. Eigentlich müsste ich jetzt mal herausfinden, wie man diese Elementar Viecher macht. Dafür hätte ich mir auch mal extra Dreck aus dem Inventar geholt. Ohne Spaß, ich werde kein Projekt mehr, also wenn ich jemals nochmal ein Projekt plane, dann wird es keine Aufnahmepflicht haben, weil das ist echt nervig. Du kannst ja bald bei mir mitmachen. Ja. Weil ich dir ja schon gesagt. Aber ich bin auf jeden Fall, ich liebe dich dann. Also ich liebe dich ja sowieso, das weißt du ja. Aber no homo, ne? Eino homo, volle pomo, strizzono, alter. Aber wie heißt der scheiß? Frizzelma nizzle? Schizzelma nizzle. Frizzelma nizzle. Yeah man, I shizzelma nizzle. Frizzelma nizzle. Wer war das? Genau, da hab ich sogar extra Sand für gefarmt. Bisschen deutsch sprechen? Hä, wer hat wieder mein Sand aus dem Inventar genommen, ey? Man. Aus dem Inventar, ja natürlich, da kann man dir das voll gut wegnehmen. Nein, aber mein Sand ist schon wieder weg, der hat schon wieder jemand gegrieft. Ich brauch doch Sand. Wer greift denn Sand? Achso, wer greift denn Sand? Das ist sogar nur so viel Sand wie ich brauch. Achso, ja gut. Ich brauch ein simple Katalysk. Redstone, Glowstone, Gunpowder. Mach mir bitte 8 mehr. Ich hab doch da mal voll viel reingehauen. Aber dann hab ich mal 64 hergestellt. Oh. Hat der 64 hergestellt? Die simple Katalysk oder was? Mhm. Redstone, Glow, Sugar brauch ich noch. Weil wir den immer brauchen, wie so verrückt. Wir haben keinen Sugar mehr. Doch, haben wir noch. Aber wir haben nicht mehr so viel, das stimmt schon. Jetzt haben wir keinen Sugar mehr. Wo ist denn das? Hier, den will ich übrigens herstellen. Das hier. Das hier. Warum? Warum rede ich überhaupt nicht auf? Ich nehme gar nicht auf. Das stimmt. Du könntest mich ja nicht reden lassen. Also seid mal froh, ne? Dass ihr noch nicht so lange Let's Plays macht wie ich. Weil das hat schon ziemlich harte Nebenwirkungen. Warum? Ich mach nicht so lange Let's Plays wie du. Bist du dir da sicher? Ich rede mit allem. Ich rede mit meinem Toaster. Wann hast du angefangen mit Let's Plays? Mit meinem Wasserkocher 2010. Das Ding ist, ich habe angefangen mit Let's Plays, nachdem ich mit allem rede. Ja, ob das jetzt die bessere Wendung ist? Das heißt, ich habe mit meinem Toaster geredet. Ich rede mit allem. Weil ich finde, jeder hat das Recht mit mir zu sprechen. Ja, aber ich kommentiere auch Filme und so oder Werbung. So weit ist es von mir. Das mache ich auch. Ich kommentiere alles. Seriously. Das ist wirklich schlimm. Also, mich könnte man eigentlich einweisen. Also, ich bin eingewiesen. Okay, ein Bedestfuler sind das, glaube ich. Korrekt. Ja, dann könnt ihr die ganze Zeit das Gespräch von euch kommentieren. So. Wow. So, jetzt hätte ich noch gerne das Infinity Buch. Dann kann ich mir ein Power 5 Buch herstellen. Mein Bogen wird so übermächtig werden. Ich bin einfach so ein Spass. Wir spielen hier ein fettes Modpack. Und ich versuche mir gerade mächtige Vanille-Items zu machen. Ja, ich glaube, sowas bezeichnet man wirklich als Spass. Ich renne hier mit einem Holzschwert und mit einem Bogen rum. Ich glaube, der Hate von Nordoff hat mich echt kaputt gemacht. Was hat Nordoff denn gesagt? Gar nichts. Wir haben uns dann über WhatsApp unterhalten. Es war alles cool. Überhaupt kein Problem. Nichts. Dein einziges Problem waren die Zuschauer. Ja, das ist ja so. Für den Union und so. Das ist ja mit den Zuschauern. Ich habe in einer Folge gesagt, dass ich besser bin als jeder in Technik. Und das habe ich in einer Folge gesagt, wo ich offensichtlich fett gesuckt habe. Sogar besser als alle anderen. Sogar besser als Nordoff. Dann hat jemand drunter kommentiert. Ich liebe dich zwar, aber du bist nicht besser als Nordoff. Und da habe ich nur drunter kommentiert. Ironie funktioniert im Internet leider nicht. Mit einem traurigen Face. Ich habe, wo wir es gerade von Ironie haben. Ich habe heute Broken Thumbs Manuel zum Geburtstag gratuliert. War das richtig? Fuck, hat heute Geburtstag? Hä? Hat umgespielt nicht auch heute Geburtstag? Ach, ich hasse dich! Mach das nicht mit mir, wenn ich müde bin. Ja. Jo. Wahrscheinlich funktioniert Ironie im Internet nicht. Ne, Ironie funktioniert im Internet nicht. Boah, das schneide ich so 100% vor das Intro, Alter. Hi, ich bin bei Skate vor dem Intro. Ja. Oh Mann, ey. Hä, du machst YouTube Videos? Ja, manchmal. Und Sips, wie sieht es bei dir aus? Waro 2 und so? Waro 2? Ich weiß gar nicht, ob ich dabei bin. Ich habe irgendwann von irgendjemand was gehört, dass irgendjemand was dazu gesagt hat. Frag mich nicht. Mensch! Wir haben keine Ink-Sex. Aber Ink wird mit K gespielen. Das konnte ich wieder. Ja, ich verwerte nochmals. Wir haben Ink-Sex. Aber wenn er dann wieder am Anfang direkt anfängt zu ruckeln, dann bin ich so, da gehe ich sofort raus, Alter. Ohne Scheiße. Das war ja, das war ja ein Problem. Ich würde auch gerne mitmachen. Das Lustige ist, ich würde dann nämlich dieses Jahr auch gerne mal mitmachen. Das heißt, dieses Jahr, dieses Mal. Ja, meine Mama, ruf mich einfach, das hört ihr jetzt live. Boah, geil. Hallo Mama, du bist live in einem Part dabei. Wow. Hallo Mama. Mama sagt, die wollte immer schon mal live dabei sein, ja? Das ist toll. Wunderschön. Das kann ich, welches? Das ist iPhone? Das bringe ich euch dann, wenn der Part zu Ende ist. Wow. In Skate, wann hörst du auf? In der Party, wann hört der auf? In drei Minuten. Drei Minuten. Hm. Aua. Okay, bis dann. Tschö. Korrekt, ich krieg wieder Geld vom Handy runter. Geh vom Handy runter. Geh vom Handy weg. Ich bin doch vom Handy weg. Geh vom Handy weg. Ich bin vom Handy weg. Ich seh deine Hand. Nimm deine Hand aus deiner Hose. Was machst du da in deiner Hose, außer telefonieren? Ich mach gerade Flugtränke. Okay. Ich brauch ein bisschen Katalysator. Warum muss ich denn zwei Flugtränke machen? Musst du nicht. Okay. Danke. Das wäre doch mein Scheiß. So. Jetzt bin ich fast fertig. Das hab ich. Ich brauch noch ne Feder. Aber die hab ich. Jetzt muss ich erstmal das hier herstellen. Dafür brauch ich erstmal ne Portion Flaske. Eine Portion Flaske. Wo kriegst du jetzt ne Portion Flaske? Wie ging das schon mal? Du haust du haust so ein Zeug. So ne Glasbottel ne. Wie für normale Tränke haust du da rein momentan hier ne. Dann haust du ein paar mal drauf. Wo hau ich die da rein? Ach da rein. Ich hab mich übrigens ziemlich verschätzt mit den Runen ne. Ich opfer dich jetzt. Ich opfer dich jetzt. So ich hab jetzt ne Portion Flaske. Ja eine Portion Flaske. Eine Portion Flaske. Wie ich einfach mehr als eine Million Blut hab. Durch diese Dinger da unten by the way. Hat Nodob mir nicht geglaubt. Hab ich ihm gesagt. Ne er hat dann gefragt. Zehn Millionen Blut ist doch eh das meiste was geht. Und ähm. Hab ich gesagt. Das stimmt doch gar nicht. Du hast. Genau. Ich hab erstmal total arrogant geantwortet. Wie du hast nur 10 Millionen? Und dann hat er so wieder. Ja ja. Komm Skate. Als ob da noch was geht. Es geht noch was. Das sind diese Dinger da. Sehr gut. Aber allerdings haben wir die jetzt nicht geholfen. Warum mach das nicht weiter. Links ist ne Portion Flaske. Und rechts ist ne Fässer. Terral. Ich hab Terral. Aber es wird nicht zu diesem. Ich hab Terral. Das geht nicht Skate. Was? Hier. Ja da fehlt ja auch noch was. Was fehlt da denn? In der Kiste ist da nix drin. Einen Katalyst hat der Intent jemand rausgeholt. Brauchst du einen Simpel. Den da hier. Standard Binding Agent. Hier ich. Achso warte. Dann pack ich das da rein. Ich hab so. Wo kommt der hin? Nein. Pack den oben in die Truhe da richtig rein. So. So geht's zum Beispiel glaube ich. Okay. So. Und so. Ja. Gut. Gut dass ich noch zwei von den Standard Binding Agents hatte. Ah. Bei meinen Engelsen. Da braucht man einfach viel zu viele. Jetzt hab ich ne Potzen Flaske. Jetzt wüsste ich aber mal gerne wie man zu dem Genodopten rüberkommt. Im Genodopten? Weiß nicht. Zu dem heftig Genodopten. Warte ich komm jetzt mit. Und dann kann ich das dem äh. Genodop. Selbst auch zeigen. Aber ich hab echt noch mehr viel Leben. Genodop. Wieso regenerierst du dich nicht? Weil ich gerade einen Flight Trank mache und ich bin hier bei meinen Freunden eigentlich. Okay. Da dachte ich ich sterbe nicht. Ich geb dir etwas als Entschuldigung dafür. Damit kannst du dich auch regenerieren okay? Guck mal hier. Das wäre cool. Juhu. Ein goldenen Apfel. Ein goldener OP Apfel. Weil wir es haben. Gut dass ich den nicht selber gefunden hab. Ja ich hab meinen Flugtrank der Länge. Du hast einen langen Flugtrank? Ich hab einen langen und ich hab einen Flugtrank. Geil. Ich dachte ihr wüsst hat den längeren. Ne siehst du auf den äh größeren Fernseher. Achso. Okay. Ja wo geht's denn jetzt hin? Ach durch das blaue Portal sagtest du ne? Ja warte mal ich will eben meine Schuhe. Muss man da fliegen können dann? Nö. Ich trau dir einfach mal. Ansonsten ist heftiges Gearwerk ne? Naja. Boah ich bin tot. Ach Quatsch. Ja super und dann? Ach dann ist man genau hier. Hier. Aber das ist toll weil genau da wo du gerade bist wollte ich hin. Weil da beschwör ich den Dämon. Ich weiß. Guck mal und hier bauen wir den irgendeinen Baum aus. Also ihr könnt ja mal die Bauwerker von den anderen gucken. Ich glaub jedenfalls dass ich den hier beschwör. Soll ich dir ein paar Sachen zeigen? Komm ich führ dich rum. Äh warte warte warte. Hier ist einmal ein Ding im Himmel. Ich nenne es. Ding im Himmel. Ding im Himmel. Ich muss meine Party beenden und ich muss eh nachher nochmal her. Wir können also hier gleich nochmal danach ein. Hä wo ach hier. Dieses Portal verstößt aber gegen die Regeln. Ich mag es ja echt gerne. Aber das sieht echt kacke aus. Warum? Weil das nicht 300 Meter weg ist oder so. Das muss nicht 300 Meter weg sein. Die dürfen das abbauen. Achso. Ja gut. Das macht jetzt auch keinen Sinn mehr. Ja eben. Deswegen bauen wir die noch mitten auf deren Inseln ein fettes Baumhaus. Ja gut. Okay. Aber ne. Dann beende ich diesen Part hier liebe Leute. Dankeschön fürs Zusehen. Dass wir wieder mal ihr rotisches Crew von der Nachbarschaft. Der Klim mit dem langen. Der Sips mit dem längeren. Und der Skate. Fernseher. Fernseher. Stimmt. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.